Der im Juli exkommunizierte Erzbischof Carlo Maria Vigano wittert eine Verschwörung gegen sich und fürchtet um sein Leben. Er sieht sich gezwungen, an wechselnden Wohnorten zu leben. Der 83-Jährige fürchtet um sein Leben und will nach eigenen Aussagen nicht so enden wie der australische Kurienkardinal George Pell, welcher im Jahre 2023 verstorben ist. Und er möchte auch nicht enden wie der 2011 verstorbene ehemalige Vatikan-Botschafter Pietro Sambi. Eigenartigerweise sind beide bei einem chirurgischen Eingriff gestorben. Sambi war Viganos Vorgänger als US-Nuncius. Er war ebenfalls bei den Ermittlungen gegen den früheren Erzbischof Kardinal Theodore McCarrick beteiligt, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Der heute 94-Jährige McCarrick wurde 2019 aus dem Klerikerstand entfernt. Er ist auch nicht mehr gerichtsfähig, da er an Demenz leidet. Viganos hatte schon 2018 Papst Franziskus öffentlich vorgeworfen, dass er nicht hart genug gegen McCarrick durchgreift. Interessanterweise häufen sich die Gerüchte, dass McCarrick aufgrund von Spendengeldern sehr einflussreich im Vatikan war und Papst Franziskus ihm unter anderem die Wahl zum Papst zu verdanken habe. Aufgrund all dessen forderte Viganos schon damals den Rücktritt vom Papst Franziskus. Die Situation verschärfte sich. Erzbischof Viganos hat in der Vergangenheit Papst Franziskus öffentlich angegriffen, als Papst abgelehnt und ihm zahlreiche Vorwürfe aufgrund seines liberalen Kurses gemacht. Viganos kritisierte Papst Franziskus immer wieder scharf aufgrund des Kampfes von Papst Franziskus gegen die Tridentinische Messe und die Tradition und aufgrund der zahlreichen Neuerungen, die das Pontifikat vom Papst Franziskus zweifelsohne in die Kirche gebracht hat. Nun fürchtet Erzbischof Carlo Maria Viganos um sein Leben. Was meint ihr? Ist dies berechtigt? Schreibt es in die Kommentare. Wie bewertet ihr diese Situation? Schreibt es in die Kommentare. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.